Hallo, geht's Ihnen auch so? Für uns bedeutet Urlaub leckeres Essen, kühlige Tränke, Blick aufs Meer und Sonne natürlich und ganz viel Liegen. Genau das hat man alles auf AIDA. Super Restaurants und Bars und jeden Tag neue, wunderschöne Ausblicke. Und immer wieder Ausflüge zu traumhaften Stränden. Da kann man dann schnorcheln und liegen, schwimmen und liegen und an Bord kann man natürlich auch ganz toll Sport und Wellness machen. Aber heute will ich lieber in meiner Hängematte liegen. Unser Tipp für Strandurlauber? Eine Karibiktour mit AIDA. Von einem Traumstrand zum nächsten. Mehr Strandurlaub geht nicht. Tschüss!